klappe die zweite ich hoffe dass es jetzt funktioniert das ist auch wirklich im querformat rüberkommt das war deaktiviert im handy das müsste ich erstmal suchen wie man das wieder einstellt da bin ich bestimmt bloß für das handy drauf gekommen ja bekrasen da gibt es als allererstes mal hier an plan das ist mal gucken dass ich hier richtig in handy halte wir haben jetzt das modul hier mit dem steinbruch da haben wir mehr oder weniger wiese hier steht wiese und gebüsch das wäre hat dann dieser bereich hier oder das wäre ich da wahrscheinlich übrigens rum machen und dann gibt es hier noch eine streuobstwiese das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren weil da wird das gras dann hier hinten ein bisschen naja ein bisschen fetter ein bisschen grüner das ist aber dann sowieso ein späterer schritt jetzt muss ich erst mal gucken ob der begraser hat irgendwas sagt weil er ist mit der batterie und die sagt schon mal was die lampe geht zumindest noch an schauen wir mal hier noch ein paar pünktchen setzen und das mal ausprobieren ob da überhaupt noch was ist jetzt muss ich die aktion natürlich sofort abbrechen wenn da kein strom drauf ist dann natürlich muss erstmal neue batterie holen da ist so ein 9 volt drin beim begrasenzen ist bei mir immer folgendes hier ist also ein metall mit eingebaut das muss man hier drunter gucken wo ich das jetzt hier anschließe also unter dem modul ist ein metallgitter darauf ist bauschaum und darauf ist dann die euroflasche jetzt ist mir die zahlung geprüftet und wenn ich natürlich jetzt den begraser anschließe dann natürlich ausschließlich nur an das metallgitter das ist quasi schon die grundlage weil sie irgendwelche geschichten mit leim unter irgendwas ich muss erst mal etwas gras ran holen das hatte ich noch nicht so was nehmen wir denn da das lange oder kurzes ist das lange noch ein paar punkte rein wenn das nicht so richtig will dann müssen wir das reiner abbrechen aber meinen wir teufel nicht an die wand denn eigentlich soll das ganze modul heute grün werden das ist schon noch was also passiert was da ist strom das ist also der rts greenkeeper die 55 kv variante also ich möchte erst mal ein bisschen leim durchbringen machen wir jetzt mal gucken ob das jetzt hier im bild zu sehen ist ja ganz unten machen wir erst mal hier noch ein paar ein paar bündchen hinein fast ein bisschen groß eigentlich müssten wir dann eher an die kante gehen ich werde mal kurz hier ein bisschen umbahnen das bild wackelt jetzt ein bisschen ich will mir jetzt einfach mal näher ran hier an das geschehen jetzt gibt es hier Schattenwurf das ist natürlich auch ein bisschen blöd ich will mal hier ein bisschen einstellen dass wir da schön noch rankommen das kippt mir hoffentlich doch das Stativ kippt das ist natürlich blöd ja das ist im Stativ hier das Handy ja irgendwo müsste es ja gehen Verbindung ist wieder da Schauen wir mal hier haben so drei Leimtröpfchen ob sich da irgendwas tut also das Büschel hier sieht gut aus die anderen gefallen mir nicht so gar nicht hat doch was geht jetzt könnte ich noch eine zweite Bündchen brauchen das hier alles ein bisschen aber der Handfänger tut es auch sieht das hier noch jede Menge Erde aus das ist natürlich noch ein bisschen Optimierungsbedarf ich habe das auch früher auf der Vereinsanlage immer gemacht da ging das irgendwie besser gut hier muss ich dann absaugen die Stelle aber das machen wir jetzt erstmal noch nicht so ich bin leider ein bisschen schlecht vorbereitet ich muss noch ein bisschen Gras ran holen es dauert den ganzen kleinen Moment bis ich nun noch die Weichweite bin gut das kann ich ja auch wieder umbauen ich nehme mal kurz das jetzt kann man die Beine wieder ein bisschen länger machen vom Stativ bis das hier halbwegs steht naja gut also hier gibt es schon noch einigen Optimierungsbedarf hier nochmal kurz zu meinen Grasvorräten alles verpackt in diese Flaschen da muss ich jetzt mal die passenden heraus suchen das ganze wird dann in zwei Schritten gemacht das heißt die erste Schicht die ich jetzt hier mache das wird eher eine Schicht aus trockenen Gläsern da werde ich hier auch im Begrasor mal das wechseln also das ist eher so für die Punktbegrasung und dann haben wir hier auch das feinere Sieg ist vielleicht jetzt schon besser jetzt die kurzen Fasern das muss man natürlich erstmal hier was reintun also der Begrasor ist natürlich auch bloß eine Bastellösung da gibt es also logisch professionellere Geräte die kostet dann aber auch dementsprechend so jetzt muss ich essen meinen ganzen vielen Fasern Erntegold da können wir ein bisschen rein machen davon ich mische die immer mit sehr vielen Hildgras das sind die Lamm die brauchen wir jetzt nicht Strohgelb das machen wir jetzt noch trockner das ist aber immer schönes mittelgrün ja ja blende drauf das ist was anderes nochmal hellgrün das sieht auch ziemlich trocken aus das ist das Woodland Material weil ich jetzt gar nicht weiß ob es das noch so zu kochen gibt das ist ja auch schon ziemlich alt was ich hier habe das ist äh das ist äh Fröhle Fieber das können wir jetzt ja auch nicht gebrauchen so Pantagold verbunden das nicht wohl so 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 sehr gut wir machen wie viel ist es schreiben das mal hier drauf machen das Massekabel wieder hier dran so dann müssen wir sich erstmal einleimen dann müssen wir sich erstmal einleimen was du willst so so gut jetzt muss ich auch mal den neuen Leim nehmen zum bekrasen damit jetzt was 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 dann so jetzt hier Das ist hier eigentlich ein bisschen ungünstig, aber wir werden hier mal ein paar kleine Stellen da freilassen. Das machen wir hier nicht. Naja, da läuft der Leim jetzt die Löscher zu, das ist natürlich auch nicht so toll. Ja, da läuft der Leim. Da schwimmt die ganze Erde jetzt hier im Leim rum, das ist natürlich auch nicht so toll. So, naja, das reicht erstmal. Gut. Gut. Jetzt sind noch einzelne Lackenforser rein geraten. Die stehen jetzt hier so dazwischen. Also für das hier, was ich jetzt hier mache, reicht wahrscheinlich jeder Begraser, auch wenn er bloß seine Euro kostet. Der Unterschied kommt dann, wenn es um die langen Fasern geht. So. Ja. Der Blick ist ja verlaufen, da kann man aber ja nicht geballert von dem Ding. So, wir schauen jetzt das mal von 9 an. Jetzt wackelt es mal wieder fürchterlich. Man sieht also hier die längeren Fasern. Die stehen hier wie eine 1 aus. Das andere sieht ein bisschen trocken aus. Das ist aber Absicht. Und das ist ja nur die unterste Schicht. Wenn man sich jetzt so eine Wiese anguckt, also jetzt ich meine im Real, dann hat man unten, also in der Nähe der Erde dann meistens so die trockenen Blätter oder Gras. Gras vor dem fällt gerade der richtige Begriff nicht ein. Also das trockene Gras vom vorigen Jahr. Das ist eine Stelle, die habe ich also vorher schon mal gemacht. Das ging es hier darum, diesen Begraser zu testen. Für die roten Blüten muss ich mich eigentlich entschuldigen. Weil ich sage sonst immer, bitte in die Natur gucken. Bitte die Natur nachbauen. Und nicht irgendwelche Fantasiegeschichten und dann mache ich es hier selber. Also das Rot gehört ja eigentlich nicht her. Aber es gibt nicht so große rote Blüten auf der Wiese. Das müsste jetzt weiß sein oder blau oder gelb, aber nicht rot. Also da gibt es keine passende Pflanze, die jetzt hier in dieser Form blühen würde. Gut. Ich werde das Modul jetzt, wenn ich die Kamera mal wieder hier einhänge. Da wackelt es mal wieder kurz vorstellig. So. Dafür ist es während der Aufnahme schön ruhig, wenn ich so hin und her geschwenke. Wie man das häufig bei anderen sieht. Gut. Dann mache ich das gleich mal fertig hier. So. Dann muss ich erst mal stoppen, weil da muss ich den Stabssanger anholen. Um das hier abzusagen. Das war eigentlich das, wo wir vorhin die langen Fasern eingesetzt haben. So. 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 So.